Willkommen zu einer neuen Woche Deckbewertung. Dieses Mal ist Blooby dran, der ein Metal-Foe-Deck eingeschickt hat. Ja, Metal-Foe hat neuen Support bekommen, deswegen hat er sich entschieden, Metal-Foe zu bauen ohne den neuen Support. Na gut, noch haben wir den Support, vielleicht deswegen. Ja, dafür sind wir auf EdeoPro. Ja, mal schauen, was das Deck hinlegen kann. Man kann irgendwie First-Turn für Violet-Cube gehen. Und mit Smoke-Renadern rumnerven. Mhm. Und natürlich Dragoon, weil Dragoon ist Dragoon und der geht immer. Ja. Ja, mal schauen. Und bevor es jemand schreibt, ja, wir hatten auch die Idee, dass vielleicht die neuen Karten drin waren und rausgeflogen sind, aber dann wäre das neue Link-Monster drin. Wären 14 Karten drin, weil das neue Link-Monster rausgeflogen ist. Oder die neue Fusion, also eins von beidem mindestens wäre drin. Aber gut, mal schauen, was Metal-Foe ohne den neuen Support heute machen kann. Jo. Wir spielen gegen SSJ Alibaba. Das mal ein Name. Das ist eine Hand. Ulas. Der anfangen will. Wir haben eine Asch und eine Impirm. Das ist eine Hand. Kann man arbeiten. Ja, das sind Karten, die wir benutzen können. E-Titel? Äh. Ja, wegen mir. Soll er den haben. Da dritten gerade mit Simons dann rum. Nichts, das ist einfach nur irgendein Random-Extender. Aber irgendein Random-Extender, wahrscheinlich wohl noch ein Gamma oder sowas. Äh, irgendein Random-Extender, der in irgendein Fiber geht und den kann man dann... Öha! Ach, die Dinger. Ja, whatever. Richtig, die war ein Psi. Whatever kann man aschen. Ich hab nicht mehr ganz im Kopf, was die machen. Ich wusste nur noch, dass die Karten mir relativ gut gefallen haben. Das ist ein Takedon-Borg. Achso, klar, Stufe 3. Nee, Wildmonster. Und Stufe 3. Und den auch... Huch! Was wird das denn, wenn's fertig ist? Also ja, gönn dir. Mhm. So, den will der jetzt, glaube ich, nicht haben. Ähm. Korrekt will er nicht. Der specialt mir ein bisschen zu viel. Ja, der specialt jetzt gar nix. Aber der legt halt was rein und kommt dann. Also, vom Grave specialt der nix. Aber... Ja, aber der... Er ist erstens auf dem Feld und zweitens... Den braucht er nicht haben. Den braucht er nicht. Ich glaub, mehr auf einmal wird die Ash nicht mehr negieren. Huh! Natürlich. Okay. Ja, klar, klar. Gönn dir, gönn dir. Das wollte er wohl wirklich... Aber dann mach ich mir jetzt eigentlich weniger Sorgen. Weil jetzt war die letzte Handkarte. Jetzt wissen wir die letzte Handkarte. Jetzt... So, Trap. You can target one. Shuffle two if you banished. Okay. Okay. Ja, da kann er den dann auf sechs drehen oder anders. Whatever. Gönn dir. Also, bis jetzt hat er nur seine Hand von der Hand auf das Feld bewegt. Das ist kein Fiber. Den muss man lesen. Ähm... Any card? Okay. When you're monster. Ja, okay. Okay. Whatever. Das ist halbwegs zahm. Ja. Wir legen eh nicht viel auf den Grave, was da überliegt sein soll. Also, der wird halt jetzt... Also, er kann halt... Der hat halt jetzt theoretisch Setup für VfD. Weil er kann jetzt... Also, er könnte jetzt, wenn ich das richtig verstehe, mit Shen Shen und Lulu in Fiber gehen. Oder holten es da das Charge? Äh, die Karte darf er ziehen. Okay. Wir müssen hier eventuell noch gröbere Sachen verhindern. Aber den Sennestufen kann er nicht erhöhen, ne? Nö. Okay. Wir mussten vielleicht doch keine gröberen Sachen verhindern. Ja, aber jetzt haben wir die Impalm noch. Auch gut. Ja, ja, klar. Dagegen sagt ja keiner was. Und wir haben sogar zwei Metafors. Wir können mal mit einer Painful anfangen. Warte mal. Ne, warte mal. Äh... Wie war das? Es gilt gerade Makrokosmos, ne? Es gilt gerade Makrokosmos, ja. Wie genau funktioniert der? Alles, was auf den Friedhof gelegt wird... Ne, vom Feld auf den Friedhof gelegt wird. Das ist das hier mit Smildersland im Friedhof. Dann ist ja... Dann ist ja alles easy. Ja, Silbert. Ja. Naja, also loswerden müssen wir den... Also, den müssen wir wahrscheinlich sogar trotzdem... Ja, der hat ja noch einen anderen Effekt. Im Permanenzen. Ne, ne. Andere Effekte scheißegal. Aber ich glaube, wir müssen ihn jetzt trotzdem im Permanenzen, weil wir sonst... Weil sonst unsere Ressourcen... Äh... Vom... Wobei... Wieso? Wenn wir jetzt... Wenn wir jetzt Mining machen... Dann landet das Mining-Verband. Die Karte, die wir discarten, landet auf dem Friedhof. Ja, das ist ja egal. Denn wir discarten die im Permanen, theoretisch. Dann können wir in Fiber-Combo gehen. Dann können wir in Dragoon gehen und ihm seine beiden... Viecher kaputtböller an. Ja. Ja, dann machen wir das. Ja, also. Mining. Mhm. Und ja, in Permanenz. Ja, whatever. Und er hat ja keinen Interrupt draußen. Jo, dann... Ja, Flamable Guard. Wir brauchen ja... Wir brauchen ja einen Tuner, damit wir in Fiber gehen können. Na, so. Fiber. Halki, Fibrax, whatever. Oh, wir dürfen. Äh... Wie liest sich nochmal Vylon Cube? If this card is hint to the graveyard. Okay. Äh... Das passiert nicht. Weil... Da wird ja verbannt. Wenn ihr für die Sympose... Ja. Dann holen wir... Haben wir Doppelfiber im Deck? Ja, wir haben zwei Fibers. Dann holen wir jetzt einfach einen Gamma. Und... ...gehen einfach jetzt stupide für Dragoon. Dann böllert der Dragoon seine beiden Viecher kaputt. Wir latschen ihm für 3k in die Fresse und haben gewonnen. So. Ja. Du. Ach so, klar. Mit der Metal-Full-Fusion geht das ja auch. Theoretisch. So und so. 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 Nein, bitte nicht selber negieren. Boom. Ja, ein bisschen langweilig, aber es funktioniert. Ich meine, alles, was er gemacht hat, war einen halben Makrokosmos umzudrehen. Ja. Da passiert halt sowas. Und so viel Attack aufs Board zu brettern, dass wir ihn genau umbringen konnten. Stimmt, hätte er halt nicht so starke Monster geholt, wäre das auch nicht passiert. Oder hätte er mehr Monster als zwei geholt. Ja. Whatever. Metal-Full-Deck. Mark the Gishin. Okay. 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 So. Driver-Starter, schon mal gut. Tenji-Spirit. Aber nicht, indem man ihn nur in den Engines spielt. Ne. Ja, das ist so schuldig Tenji Spirit, wie es aussieht. Okay, mal gucken. So, ja, Special dann Zeug. Hat der nicht auch einen Link-2-Monster? Ja. Aber vielleicht will er noch keinen Effektmonster auf dem Feld haben, das Link-2 ist ein Effektmonster. Die hatten auch einen Link-2-Normal-Monster, glaube ich. Naja, whatever. Er wird einen Plan haben. Mhm. Okay, das ist der Link-2-Normal-Mitte-Fekt. Okay. Und da sind Mare-Mare. Mhm. Gut, dass das jetzt heißt, erst mal zurücklehnen. Ja, ja. Wir haben ja Zeit. Ja, noch mehr Tokens. Wir haben ja Zeit. Okay, was kann der? Ach, das war der, der Tokens gespecialt hat. Sag mal, der hat da doch jetzt nix. Also wir können den jetzt nicht in Permanenzen. Weil der sich all der ja auf dem Feld liegt. Aber ansonsten hat der Indeed nicht viel. Wir können mal den Besuchten-Souls wäscheln. Mhm. Also er hat noch ein paar Fritos-Effekte, die ich jetzt nicht alle im Kopf habe, aber die man alle reaktiv auf irgendwas. Ja. Also nachdem es passiert ist. Oh, ich glaube, die Magician-Story solltet nicht. Okay. Okay. Dann wir können es auch normalen. Normen wir die halt. So. Äh, ja dann Activate Abductor, I guess. Ja. Kommen wir auf genug? Sehen wir gleich. Wir können die Implant wegschmeißen, die bringen die ja nix gegen den. Naja, wir aktivieren jetzt eine Scale. Nee, wir müssen den Adductor kaputt schießen. Weil wir können jetzt das Scale aktivieren, dann eine Combination suchen. Äh, dann können wir die Kombination. Ja, wir kriegen keine 3 Worlds live, also wir können auch einfach den Adductor schießen direkt. Ja. Gut, dann, keine Ahnung, du. Ist egal. Lass uns mal die Videos direkt von dem angucken. Was kannst du? Der Special, das ist egal. Er hat einen Reaktiven im Friedhof. Nämlich den Blauen. Dann, was kannst du? Der Faceit. Ist das Schäuber-Bettler-Karte? Aber, das ist scheißegal. Also, ziemlich. Also, okay, wenn wir sein Nicht-Effekt-Monster-Kampf- oder-Karte-Effekte kaputt schießen. Okay. Dann darf er. Gut, dann jetzt der Schussabductor. Ja. Unpraktisch, aber trotzdem händelbar. Das ist eigentlich ziemlich egal. Dann aktivieren wir halt Silbert und probieren das nochmal. Wobei. Dritte Token kriegen wir trotzdem nicht drauf. Nee. Nee, da müssen wir doch Duster kaputt schieben. Also, wir könnten ihn jetzt rauspendeln, aber dann sind wir wahrscheinlich nicht genug Plus gegangen, oder? Wenn wir ihn jetzt rauspendeln, dann können wir linken, theoretisch. Und dann... Wir haben ja keinen Tuner für Needle-Förber. Link rausgeht auch. Nee, wir machen mal im Originalplan weiter und ballern den Abductor kaputt. Stick to the Gameplan. Mal sehen, es kommt noch ein Oga. Death once per turn. Dann Ash. Das kann nicht kommen. Wir setzen vom Deck. Stimmt, das geht nicht mit Ash. Die kann millen und auf die Hand und specialen. Aber nicht setzen. Äh, wir hätten gerne Combination. Combination. Dann setzen wir Impirm. Nee, die müssen wir nicht setzen, geht doch von der Hand. Äh, nee, die müssen wir nicht setzen. Dann Souls, bitte. Ja, für Impirm und Combination. Ja. Ich würde auch gerne für Driver, aber das dürfen wir leider nicht. Da ist die Ash. Schade. Dann würden wir aber gerne mit Combination mal was suchen. Und zwar eine High Scale. Mhm. Äh. Ja, du zum Beispiel. Oder du. Ich hab' noch nicht. Ja, oder den... Ach so klar, ein bisschen, die ist ja auch Level 8. Äh. Mark 8. Ja, dann holen wir den. Wir können sogar den Driver herpendeln, theoretisch. Mhm. Machen wir auch gleich, wahrscheinlich. Der muss einen Effekt-Monster targeten, ne? Ja. Was soll jetzt noch kommen? Ach so, der kann auch seinen Effekt benutzen. Ja, ja, natürlich. Er kann ja jederzeit einen Token-Special. Aber mein Gott, dann soll er das halt mal machen. Ja. Äh. Ja, Pendel. Ja. Für den Driver. Und den Stil. Äh, nee. Oder? Warte mal. Wenn wir jetzt Abductor holen, dann können wir in Dragoon gehen. Richtig, weil wir zwei Effekt-Monster haben. Und das kann er nicht verhindern. Nee. Dann holen wir einen Dragoon. Holen wir einen Dragoon. Ah, der sagt nach oben. Ja, prima, dann Gönnung. Dann Gönnung. Ah, der sagt sogar zwei nach oben. Dann der da hin. Genau, der da hin und der Driver sonst wohin. So, dann mit Abductor und Soul-Syndra in Dingensier, Anaconda. Ja, eins nach dem anderen. Ähm, jetzt können wir doch erstmal noch mit, also wir könnten mit Bismugier noch was kaputt machen. Ja, mit Silbertaschen, aber Bismugier geht noch, ja. Äh, und dann könnten wir theoretisch... Was haben wir alles an Fusionen? Ich glaube, wir haben alle von dem... Einen abgesehen, zwei Metal vor. Oh, nee, halt normal, nicht Defekt-Monster. Wenn er einen Token holt, dann ging er Alkaist. Äh. Oder halt, wir fusionieren nur mit unseren Monstern, das geht auch. Metrilium kann ja... Nee, er muss was zielen, oder? Ja. Ja. Aber der kann ja auch wieder zielen. Wir dürfen nur keinen Effekt-Monster targeten. Ja, ich überlege nur gerade, ob wir das sinnvoll hinkriegen. Äh. Ja. Also dann jetzt, äh, Bismugier aktiviert sich und schießt den Silbert kaputt. Nein, nicht Silbert, wir brauchen ja einen Metal-Fall-Monster auf dem Feld. Äh, wir schießen Silbert, wir schießen... Achso, doch, den Silbert, genau, nicht Dealen. Das heißt, Dealen, Silbert, der hier. Ja, ja, wir schießen Silbert kaputt. Ja, und suchen dann mal die Fusion. Ja. Aber ich muss überlegen, ob es vielleicht, ob vielleicht Steiger stattdessen Sinn machen würde, aber nein, tut's nicht. Ja, der ist kein Effekt-Monster, du kannst jetzt keinen Token mit 2500 Specialen. Du kannst mir eins mit 1700 Specialen, wenn du unbedingt willst. So, Metal for Fusion. Mhm. Und aktivieren. Aktivieren. Wir können ja dann auch theoretisch mit dem Mithrilium und der Magician Soul. Ja, dann machen wir mal Mithrilium. Äh, jetzt müssen wir kurz gucken, ob wir, wie viele Metal-Fall-Spells wir im Grave haben. Äh, zwei. Das heißt, wir dürfen die Fusion nicht aktivieren. Dann machen wir Mithrilium. Oder warte kurz. Ja, wir haben keine Painful-Desition gemacht. Das heißt... Ja, dann Mithrilium. So, und du bist kein Effekt-Monster, also tschüss. Genau. Gut, jetzt kann er ein Token mit zwei Sechs-Attack-Specialen. Äh, genau. Aber der... Genau, jetzt können wir dann eine Condor holen. So. Äh. Ja. Ja. Dann kriegen wir den Zilkort aus dem Extra-Deck wieder zurück. Äh, keine Ahnung, hierhin. Mhm. Und aktivieren. Ja. Ja. Äh, wir würden gerne erstmal seinen Token kaputt machen. Wieso? Der targetet doch nicht. Ah, dann machen wir erstmal den 3000er Stock kaputt. Und dann machen wir den Token kaputt. Äh, dieses Mal haben wir ja wenigstens Metal-Fo-Karten vorher benutzt. Ja. Und tatsächlich hatte das jetzt einen Grund, weil, ähm, sein Tendium-Grave sagt ja, er holt dann das Monster, was wir kaputt geschossen haben, zurück. Und falls er das tut, darf ein Monster auf dem Feld zamballern. Und wenn wir es so rum machen, dann, also den Token, den kann er nicht erfolgreich zurückbeschwören, weil, ne, ist ein Token. Das heißt, er darf dann auch kein Monster von uns kaputt schießen. Deswegen hatte das sogar, also, das hatte sogar Sinn gemacht, es so rum zu machen. Ja, und aus dem Extra, aus dem Extra kann er den nicht zurückspecialen. Ja. Das war nicht mal, das war nicht mal komplett beämt. Anyway, das waren ein paar Runden mit dem Deck. Man sieht sich am Mittwoch. Jo, ciao. Jo, ciao.